es wir kurz vorm Ufer und der Heli wird mal fett unter Beschuss genommen aus dem Wald von der PKP oder nicht von meiner PKP denn ich hab ne RPK und damit schieße ich auf keinen Heli weil das nämlich ne scheiß AK ist das ist ja voll geil und ich hab's zum anderen Ufer geschafft und lebe noch alter unhaben ersten Kloort überlebt ja und jetzt wird er müde ein Meter vorm Ufer wird er müde beweg dich komm boah ist das Hammer geil GG ne GW drücken so erst mal ein Heat ach du scheiße wird hier geballert Infos killed den hat Franky auch gekillt das ist der Anführer des Bandit Clans am Damm den ich grad umschwommen hab komm rennen 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 ein Kilometer dann hab ich's geschafft ein Kilometer komm rennen ein Sermit OV um die Ego Perspektive wäre übelst nice in der Standalone mhm bestimmt bald boah EVA ist rum also blowout gedöhnt so ich hab schon mal Wasser so ne Flasche beides also Flasche und Bottle ok ok nice so gut äh er wills trinken weil er brauche er wills viel mhm Flasche hat er aber nicht in der Hand und die Motion macht er trotzdem mach ich auch immer ich geb das auch immer so rein in die Hand wa? so ja hat er schon wieder nicht in der Hand ne 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 so die Flasche brauche ich nicht Bottle rechten nochmal hier auf wie wird Essen? oh alter 58% Essen weg erstmal weil ich's mit der Axt geöffnet habe mhm das ist ein bisschen hart so ungeschickt muss man erstmal sein ja hallo du bist mit so einer Feuerwehr Axt das ist schon gut so ja stimmt das zerfetzt ja alles das Intro ist ja mal richtig übelst episch von Frankie ne overburned burned krieg ich ja wieder zuviel ich möchte erstmal in die Hecke regnen auf jeden Fall äh richtig awesome der hat ja da sein komisches Haus äh so ein so ein Haus zugebaut und halt so ein kompletten so ein riesen Haus zugebaut und dann Spawn da lockt da sich halt so ein auf einmal hört man so eine Explosion der kommt und guckt so raus geht so das Tor raus und einmal steht da äh kommt da ein Panzer schießt alles zusammen er hat halt noch so ein so ein weiblichen Ding dabei so einen weiblichen Charakter der halt auch mitläuft er soll dann wahrscheinlich seine Freundin oder sowas darstellen und äh rennt dann halt so raus und dann kommt der Panzer dann rennt er wieder rein äh der Panzer schießt halt alles kaputt und dann ähm schießt der äh hier noch äh halt so die Mauer ein, der kommt die Mauer reingefahren, der rennt hinten zum Auto, unlockt das, seine Freundin fährt fort, fährt nach links, die wird vom Panzer in die Luft gejagt, er fährt weg, also richtig awesome, der Panzer jagt das komplette Haus in die Luft, am Ende ist er dann am Airfield, da steht dann eine C und A30, er rennt in die C und A30 rein, der Panzer kommt gerade rechts, fährt vor ihm so über das Airfield und dann kommt eine A10, also so ein, kennst du A10, Kampfjet, egal, äh und liegt halt da so quer drüber und jagt den Panzer in die Luft und er kommt dann halt noch gerade so raus und zufällig fliegt er dann auch nach Malz und dann fängt er noch dort die Episode an, wie er dann dort Halo Jump raus macht, richtig awesome, also schon mal angucken, gekonnt Ich hab dir auch, ich hab dir auch, die haben dir nur zur Hälfte zugehört Okay Und zur Hälfte, da gab's nur, da gab's aber auch einen ganz bestimmten Grund Ist da einer oder was? Da war einer Ah, hast du gekillt? Ich dachte, ich hatte, ich hatte Munition schon die ganze Zeit Sag mal, war meine Munition weg Ich, ich drück so ab, nichts NICHTS Keine Munition drinne, wo ist die? Frag ich mich jetzt hier Bist du jetzt tot oder eher? Nee, gar keiner, hat gar nicht getroffen Hier gibt's keine, auf diesem Server gibt's keine Anzeigen, ob man overburnted ist, ne? Du fällst einfach um Jetzt hab ich acht Schuss Vorhin hatte ich 60, Mann Wo sind die? Hat doch nix geändert Okay, nachts wird man also um einiges schneller Wie heißt's hier, äh Sinkt die Temperatur um einiges schneller als tagsüber Das heißt, hier muss arschkalt sein Mal gucken, ob ich mal bei, bei denen hier, äh, irgendwas kaufen kann Was mich warm halt Sowas wie ne Neue Kleidung Alter, ich hätte das aufnehmen müssen Das war bisher ziemlich awesome Jeff was killed bei Luke With Weapon Melee Hatchet Ah, Daniels Daniels was killed bei Dick Van Dyke Der Typ, den ich eben der Trader, als ich die getroffen hab, siehst du noch So viel gesagt, nicht mehr Daniels was killed Dick Van Dyke Daniels was killed With Weapon Lee Enfield Der hatte noch eben ein SVD gehabt Und den Fang auch wieder Oben ist ein Base Woa Da steht ein Heli Woa Was hier ist was Woa Was hier ist was Woa 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 Ja, das ist die Trader City, wo er war Woa 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 Gut, Gottmode ist schonmal an, jetzt muss ich nur noch einen Weg hier rein finden. Gut, ich hab's hier reingeschafft. Weggehaxtet, bitch! Okay. Das müssen wir aber bandagieren. Irgendwelche Klamotten hier. Jetzt lieg ich... Hä? Bandagier Meister, der andere hat sich ausgelockt. Alter, das sieht so geil aus, ich lieg mit dem Rücken, die Treppe, auf der Treppe, ne? Jetzt hab ich keine Uhr mehr. Das ist blöd. Muss man was droppen lassen. Mich geht's dann wieder. Tut mir echt nicht leid. Muss ich ehrlich zugehen. Klar ist er. Hallo, ich kann mal aufstehen, ich lieg jetzt auf der Treppe. Auf dem Rücken. Ich blöcke in der Nähe vom Feuer, sonst wäre ich jetzt tot wahrscheinlich schon. Gut, reloge ich einfach mal. Dauert jetzt zwar ein bisschen, bis ich wieder auf dem Server komme, aber mir ist es wert. Und kann ich das denn alles nicht looten? Aber übrigens mit einer Chainsaw kommt man mit einem halben Tank in jede Holzbase rein. Du zersägst einfach die Tür von denen, ne? Man, sind die behindert. Haben sich beide ausgelöst. Also, ich kann die Leisten nicht looten. Oh cool, Sauber ist ganz voll. Oh cool, Sauber ist ganz voll. Boah, mein Loot. Ein verdientes Loot. Geh weg. Nein. Was sieht es dadurch aus? Naja, keine Brüder. Hallo, hier spricht Zvetlana. Mach mit Hand 20 Euro. Luchi 50 Euro. Russisch 70 Euro. In Wanne oder Verkauf. Really? Der schneidet die Base auf, Frankie. Und geht dann dort rein und geht dann raus, um sich Lamba zu craften. Um sich nochmal eine neue Tür reinzubauen, für sich halt. Ja, großartig, ich liege immer noch hier. Toll, zwei schöne Loots weg. Der eine hat sofort gelieft und der andere nicht so. Der andere hat mich überrascht. Die eine, die habe ich ja gesehen, die habe ich ja dann gekillt, dadurch, dass ich sie erschossen habe. Okay, Moment, hier ist noch jemand. Ich bin bereit, du bist ganz geil. Mein Hammerteil muss dich besitzen, unordentlich ab. Zvetlana, keine Bitches, better than you, Zvetlana. Nur du, nur du, nur du, nur du, Zvetlana. Keine Bitches, better than you, Zvetlana. Nur du, nur du, nur du, nur du. Geht auch nicht. Und ich habe weggeangst, weil die nochmal aufgestanden ist, ganz komisch. Und dann auf einmal kam noch einer runter, ja? Also ich erinnere mich nochmal, wer auch weggeangst hat. Ich lebe, ich lebe. Man, aber zweimal Loot weg. Was ich als Einziges gelootet habe, ist Alkohol. Ist aber wichtig. Hallo, hallo, hallo. I'm friendly. Ja, ja, ist schon okay. I don't have ammo for my M4, don't shoot. Ja, du kannst auch Deutsch reden. Heil. Das sehe ich hier in den Feld relativ Deutsch an. Also ich habe da, gerade da drinne, haben mich zwei angegriffen, habe ich gekillt, aber der Loot ist weg, leider. Sonst hätte ich jetzt gesagt, du hättest da reingehen können und Loot da snacken können, aber die haben dich halt disconnected, wie wir hin hatten, wechseln. Ne. Also hast du hier sonst schon durch, oder kann man hier noch was? Also ich habe jetzt leider auch nichts für dich. Also auch keine Munition, ich habe selbst jetzt nur noch zwei Anti-Schuss. Ja, passt. Du hast ja die Baracken schon durchgelootet, bestimmt, wa? Schon. Ja, aber da habe ich gerade die M4 gefunden, aber da liegt sonst noch eins, ey. Okay. Na dann, werde ich weitergehen zu den Zelten da hinten und... Ja, da fällt jemand da drauf. Ja, natürlich. Okay, so nicht. So nicht, Junge. Wenn er schon sagt, hier droppt, motherfucker, dann ne. Fail, bitch, ey. Was ist denn mit dem los? Der lebt noch, oder? Ja. Ah, ne, der lebt nicht mehr, der lebt nicht mehr. Ich habe mir das Magazin genommen, okay? Ja, ja. Okay, du kannst ja das andere da mitnehmen. Ja, ja, danke. So, mehr hat er nicht, mehr brauche ich nicht. Was war mit dem los, Alter, what the fuck? Ich mache mich dann mal wieder auf den Weg, ne? Danke fürs Nicht-Nicht-Erschießen. Ja, bitteschön. Also, der hätte dich jetzt bestimmt eh gekillt, also von daher. Ja, das auf ihn. Ja, und nur zur Info, dort hinten läuft gerade noch einer, ja? Dort hinten. Hinter den Zelten da. Ja, ich verpfiese mich in dem Fall. Ja, ja. Viel Erfolg und viel Spaß noch. Ciao. Nein. Jo, ebenso. Ciao. Boah, what the fuck, wenn der so ist. 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 Boah, what the fuck, wenn der so ist.